stunde gespielt krass ja nur nicht so viel erreichen ja eigentlich schon nur schnell wieder verloren sein kommt sonst habe ich auch immer glück mit dias was wollen wir eigentlich mit dem gold machen hätten wir machen wollen meinst du im gold also die mitmachen die sind echt glaube ich bekommst echt zwei extra hätten zwei extra hätten ist schon viele und wir kommen schon über generation und so und ich hätte gerne was von tim ist er wenigstens stirbt oder hat jemand tötet ich meine die vorstehe dass ich hat schon richtig einfach nicht denken ja wie viele monster bei uns ja ich stelle die fackeln auf auf der ob sie anfläche war neben zwei skeletten zwei zombies weiße wir müssten ich weiß nicht genau wie lange zeit haben ich glaube zehn minuten ist neu zu platzieren soll ich eben rausgehen und da nicht nur dass sie haben wir noch zwei und auf jeden fall gehen zusammen hoch und möglichst haben wir dann wieder wir können ja die wolle platzieren die du da verloren hast vorhin durch den selbstmord und eben deswegen jetzt finde ich muss ja jetzt was jetzt ich sehe nichts ohne ich glaube ich habe so pech beim verzaubern jetzt habe ich statt projektile protection blast protection bekommen und wieder projektile protection so so und wieder ein toter aber dieses mal die sein ich glaube diesmal diesmal war es waren zehn minuten und der flem geht weiter zaubern project protection aqua affinity protection kräftig protection ohne witz richtig hart ja guck guck mal in die kiste von uns so krass einfach du hast immer noch sachen die du verzaubern kannst die alte rüstung da da habe ich mir jetzt auch noch die brustplatte rausgenommen kräftig protection krass aber wir haben echt auch kein glück und ich vergessen wir könnten langsam töten was wir könnten uns jetzt schon langsam töten wenn sie wollen ja ja und wolle müssen wir auch wo würden wir dann die volle platzieren wollen keine ahnung im dschungel vielleicht dort hinten ja das müssen wir von weit laufen also das würden wir echt nur machen ich weiß nicht ich brauche den enchantment table wieder ab und gebe ihn rein ähm ja kann ich so lange noch deine dmatspitze haben ja die lassen wir hier lassen wir hier oder hier nimm die eben mach mir ne eisen hast du noch sticks für mich ne nur in der truhe in der truhe ok ähm hier sind keine oder bitte in der truhe sind keine in dieser hier achso in der danke ja wir müssen einfach hoffen wenn wir wen auf wen getreffen haben wir versagt das ist eigentlich schon mal sicher wir haben glaube ich momentan bei so ziemlich jedem versagt weil ach was guck mal razzlemoon tut richtig abräumen und weniger tut richtig abräumen wenn einer von denen halt fällt so einen besseren gegeneinander ja oh guck du hast 10 Minuten left um deine Ruhe zu platzen also steht bei mecker ja ja bei mir auch ok guck mal wieviel wollen die platz hier vor allem basti zockt er ist eben guck eben er ist gerade gestorben baut ne wolle ab kein schutz mehr ja selber schuld auf jeden fall ok raus äh jup ganz hin wg soll ich vielleicht lava mitnehmen ne ne lieber wasser denn weil mit lava campen ist nicht so geil aber die gegner machen es gerne deswegen sollte man brennen einfach am fahrzeug setzen ok ist die frage wieder wo wo wir hin müssen hier 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 hoch kannst du den weg ja eh ja schon häufiger gehen müssen hier hier und dann da hoch jetzt am besten das blech sneaken ganz gern oder ja ne lass uns rein scheißegal jolo jolo du bist voll du hast das bessere schwert flash battle live oder sowas ne ne mitgegen der kommen tatsächlich mit wallblock battle terzeichen live hast du nicht hast du zwei unten in der kiste fuck ja ich habe mir jetzt einen zweiten geholt für mich ja ok dann es wird nur eine wall abgebaut oder nicht ich weiß nicht natürlich platzieren ich hoffe es einfach mal ja es ist egal wer die hinbaut das muss halt nur team weiß sein genau ok ich weiß nicht glaube ich habe irgendwo jemanden gehört hinter uns wollen wir ich weiß ich kenne die regeln nicht ganz ja hier wer ist das die skarfen ja die sind schlecht aus man lass uns hoch ja aber ich habe nur ein eisenschwert ja ich weiß aber wir haben dir das schwert aber nicht verzaubert und können die was nein oder ja ich glaube nicht ähm jetzt verfehlen wir mal deine worte sonst gibt es wahrscheinlich ärger ne ne was wir haben noch die zeit ok bis sie jetzt angreifen aber nicht hoch nicht hoch so rum ist besser eigentlich weil so rum können wir critical ok lass ihn runter die gräner runter glaube ich ja hol ihr die karten ok ok ja ja er spielt gleich der fliegt ja er fliegt ja er fliegt sehr schön und der andere fliegt auch wahrscheinlich wenn es bei dir kapitzt rein ja sehr schön nice warte ich habe ein wasser ich habe ein wasser ja sehr schön nein ich glaube die sind weiter rüber oh gott stell mir alles vor soll ich runter tower bops schreibt er ja ja sehr schön ist gut weiter oben ist auch noch loot auf jeden fall alles einzeln und direkt zurück in unsere base ok auf jeden fall eigentlich ja doch müssen wir ja hier ist das die ihr schwert ja ich habe auch sein die ihr schwert loll escario ist da ja eben nein er hat jetzt die diamanten eingesammelt für mich war das richtig aggressiv gerade oder genau das habe ich vorhin weil er hat jetzt zwei diamanten glaube ich egal ja eben möchte ich jetzt nicht prozieren lass uns hochbauen ja ok hast du die blöcke ja ja ich habe genug aber nicht doof und eben klar würde ich auch machen und wie gesagt wenn wir regel immer dann müssen wir uns dann halten jetzt nur aufpassen dass oben keiner steht so warte mal sechs minuten schaffen wir jetzt sechs minuten runter wieder hoch oder wollen wir jetzt heben ja jolo jolo einfach was hast du die wolle von den beiden ja klar zwei rote ja ok pass wollen wir hier versuchen hier darf man das ich weiß es nicht hier so dran warte mal warte mal warte mal machen wir nichts sind jetzt die beiden da unten ja ja alles klar ich würde eher irgendwie weiter weg oder ja ok stimmt fünf minuten noch hey bitte finden uns hat keiner bitte müssen wir jetzt nicht für kämpfen halt die eisenressoren sind würde ich gerne in unserer Truhe oder alles behagern ich würde hier vielleicht hier hinten drin ja probier jetzt jetzt mal hier suchen durch doch 2 oder ja 2 genau jetzt noch mal ein ja ist ja so gut 2 2 nach unten noch weiter sind wir später eh nicht mehr zu bringen mit dem anfang vielleicht schon ja runter jetzt einfach und unten wenn nicht haben wir disqualifiziert jolo wir müssen aber auffassen unten wir nutzen uns mal wer ist da hinten an enderman als er wieder mich anguckt wieso wenig kraft einfach hat sich jetzt gerade an ihn erinnert so holz haben wir jetzt wieder ganz mit aber egal wir haben noch genug ich habe noch die kartoffeln von denen theoretisch könnten wir uns unten ja eine farm anlegen oder ja ich habe eh noch bisschen steaks und so ja ja trotzdem so ja ok können wir ein bisschen dirt habe ich hier oh spitzack habe ich gerne dabei was willst du abwanderseisen ja ja ok ich nehme mit wegen level eigentlich also primär ja aufpassen creeper ja ich lass mich stressen die lange so ich tue mal alles hier rein auf das oh da sieht mich alles lol btf kennst du die schon in der m6 ja klar ich dachte die sind in der m7 dazu lol noch einer ohne kopf bei mir so ich nenne jetzt mal helm habe ich nur projektive protection wünsche aber auf meinem helm auch noch projektive ach warum die kiste da ausbauen hast du was hier die kiste hast du hast du ach ne